Gelsenkirchener Barock Ja und dann haben wir die Kissen, die ganzen Kissen Ein sehr schöner Sender für einen Tisch Ah ja, okay Und ein Fahrrad können wir da auch noch hinhängen Das ist alles Nachbar hier Ja, das ist auch nichts mit Und wohl diese Form, die stand ja hier bei dir drin Das stand hier Das ist nicht schlecht, das Lattenort, das funktioniert super Hier? Ja, ja, das stand hier davor Wir checken all the material, which we're gonna use for the installation before, upstairs And it's gonna be part of it It's gonna be some furniture, which we fix on the walls and underneath the ceiling And then with flashes, the forms get on your eye But as I explain to you later So we are here in the Hochpaterre We're preparing from 2nd till 11th of February installation and saloon, which we call Der Fall No. 3 Only in me, we have some tradition We did some music performance we started two years ago and we called it Der Fall Because things were falling and we worked with gravity Was basically tables with grinding machines underneath and when the machine runs, it shakes the table And the table was full of bottle and material and stuff And on the bottles and the material we put sound pickups, sound mics, contact mics So the shaking of the bottles and the material and the plates was amplified and we played over it The tables were controlled by a MIDI board So we could rhythmically make the table shake in a rhythm So shhhht, 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 shhhht in different rhythm And we played with it and there was a poetry about falling So some kind of spoken word and singing and music and guitar And all these objects falling and at the end everything was shaking and everything was falling and breaking Pole number 2 was in Ljubljana 2017 Was a rain machine, a rain machine, a big high pole With four sprouting things for water So a kind of shower Which had different densities And it was also MIDI controlled So in the rhythm it was spreading in different directions There was projections into it And under this rain tree or rain sculpture Was plates, symbols, sound material, plastic, metal, porcelain and stuff Which had also pickups, waterproof pickups And this was live mixed in a concert So it was basically a concert of falling water sounds Plus a piano player in the second level who evolved into it And now we're working on fall number 3 Where you've seen some elements before with the flashlight It's also again with a board and a sequencer controlled Flashlights in the complete dark A room full of mirrors on the floor And objects who are on the wall, on the ceiling and which are flashed And you have the system that if you're in the total dark And an object is flashed In your eye retina You have the picture which is fixed and burned in And this burned in image kind of stays in your eye for 10, 20, 30 seconds And moves and sometimes goes into negative But connected to this we have a dimmed light Which after the flash circles around the object So you have the burned image on your eye Plus the life image overlaying on each other So it's basically you can't document this with the camera Because it's the human eye And why it's still called falling Is because when you look down The picture is falling down with you And then we have also some lights in between So people have an orientation which are in the rhythm Then it gets dark again and then it flashes again So this is the installation default 3 We were trying some stuff with tapes and lametta And also with feathers who were flying around But with a ventilator But we're not sure how we're going to use this But we're developing them So later today you will see in this documentation You will see how it develops from feathers or from other stuff So... The signal from the infrared camera The light is also in the absolute light of the light And you see it yourself And there can't really be the screws so far away from the light A little bit more, so they then cut it through Yeah? Mmh... 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 Ach so... Kann man doch so ein ganzes... äh, ganzes Brett haben, oder? Dann muss man noch mal gucken... Wie schön ist das denn jetzt eine Verdopplung von dem hier? Ach so... Wie schön,erosene Ja, wie schön,erosene Wie schön,erosene Da headstache ja streNG Der Tag 3 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Auf der leften Seite ist Bulgarische Begpfe und in der Mitte ist einige Singen von Deutschland. German Operator. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich kenne ihn schon ganz lange. Eine Sache noch wichtig, dass ich nicht vergesse zu sagen, wir müssen den einmal komplett runterfahren, dass wir für die Asche entsorgen werden. Ja, für morgen ist gut. Für morgen ist gut. Bist du nicht da, ne? Ja, morgen komme ich nur kurz vorbei. Nein. Ich kenne eine Stadt, die für NDR und so ein Zeug macht. Eigentlich nur mit dem Typen zusammen, weil wir uns jetzt ein bisschen emanzipieren, eigene Projekte machen. Und? Blablabla, weißt du, was habe ich angeschrieben? Ah, nee, fast doch nicht mit der Zeit. Nein, doch. Aber sehr schön, wenn die Pro rein, oder? Nein, mit der Pro rein. Ja, das ist ja, dann würde ich schon nicht. Ach, ich habe noch mein Eis. Rechts ist gut. Rechts ist gut. Ja. Und links? Tiefer. Tiefer. Klein bisschen höher. Das ist elektrostatisch. So, keine Chance. Das ist elektrostatisch. Das ist ein ganzes Moment. Look, es ist even Static zu den Lens. Ach, mein Finger. Oh, das funktioniert. Das war's. 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 And so on the floor, everything which was on the floor, on the lower shelf, it was, and I had slides, diapositives, who were, who took water. And then they immediately start rotten, because the water came out of the toilet, destroyed the slides. So some are totally destroyed, so this is one of the developed slides, so this is one of the developed slides. So, this is the first, one of the first, the grasshoppers, the grasshoppers. Electricity! Frogs is not so good. This is not so good. Doesn't fit to this work. But this is not so bad. I painted over Rembrandt. So let me fit somewhere like here. And it was three meters long and I sold this one. Now, basically, I paid my teeth with it. I had, through a fight in the 80s, I had five broken teeth. So I needed five implants. And so I paid $4,000 for the material. But the teeth was $15,000 or $20,000. So the dentist took this art piece and made it eager for the work here. Well, it fits well because it's, there's a black dominant and it's graphic combination also. The wires with this here, with the black and white and the gray. And here the black too. Here the red goes off, points up to here. So this is a sensible work of making the composition. Now, it's a little bit of aawaat. So I lost my behalf. Oh, I wrote something about it. There's a little bit. I wrote something about it. I wrote a little bit. die Maus. Nehmen wir den Scheißhacken. Ja, das ist deine Wand. Das kannst du machen. Scheiße. Hast du noch ein paar Mahnbescheide? Was? Mahn? Mahnbescheide. Mahn. Hallo. Ich hab mir jetzt überlegt, wie du drauf kommst. Gerechtsvollzieher und so. Das hab ich auch. Elektroinstallation. Also minimalistisch kannst du es ja nicht machen, oder? Das ist... Ich sag dir was. Natürlich ist das keine minimalistisch... Das kann man nicht minimalistisch. Ich weiß. Formal ist das aber Minimalismus. Ja, das ist ein bisschen. So. Es ist ein spezieller Behrer, das macht dich thin. Rundennäher. Ja. Jetzt runter insgesamt. Okay. Hängt. 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 Katzenpässe! So, du kannst loslassen. Perfekt! Ich schreibe diesen Flyer-Alarm Geld und Rechnungsnummer. Die Spiegel vergrößern erst einmal den Raum. Dann kann man auch noch ein bisschen von anderen Winkeln beleuchten. Eigentlich benutzen wir das nur als Umlenkung. Das, was wir hier so bauen. Nur um den Blickwinkel zu ändern. Also, wie man hier jetzt aussieht. Eigentlich um den Raum zu vergrößern. Ich mag vor allem den Spiegel. Der macht einen so schön schlank. Also, obwohl er jetzt in die andere Seite gebogen ist und dann eigentlich klein und fett werden sollte. Also, wenn ich mich nicht mehr schlank. Ich bin, ja. 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 Das ist gut geworden. Ich bin, das ist gut geworden. Ich bin auf dem Bicycle. Es ist ziemlich viel unterwegs. Ich bin, wie ich bin, ja. Und dann diese Galerie ist immer ein bisschen cold hier, wir haben die Galerie zu heißen und es dauert zwei, drei Stunden, es ist warm hier, so das ist ein bisschen stupend. Der Fall von Mike Hentz und Ole Wolfers, so the opening is on 2nd February, we have a concert, we still don't know what we're gonna do. We're gonna do something different, we said, so we have a little idea. It's for the fall installation, it will be the TV table, but it still has to dry. Okay, let's move. Was los, die dreht sich. Ist doch egal. Ja, das läuft sich wie sofort. Ja. Kopf an Kopf. Ja, wir haben die schon extra irgendwie. Perfekt. Hast du eine Perücke? Hast du eine Perücke? Das ist so eine Orientierung, wo du kannst höchstens ein ganz bisschen auf den Boden, aber das ist einfach so kräftig, dass z.B. das hält 10 Minuten. Ja, das geht nicht. Das ist echt, we can't use it. Und hier ist der 2nd Fall. Der 2nd Fall. 1A. Fall 1A. Hier, 2. 1A. 2A. 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 3A. 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 4A. 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 5A. 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 6A. 6A. 10 Grenzen. 5A. 6B. 6B. 5A. 6B. Smity. 6B. 10B. etc., I myself and Ole, me and my and me and I and he agree that you have to feel something and for example all these people who make artwork, they make three pages of text to explain some little farty picture is not our cup of tea. We like drinking tea also from time to time. Cup of tea-bone steak. Cup of tea-bone steak. This wall is called the electric work wall. And Deafal 3 is next door and this is not my cup of tea-bone steak medium or or senya tofu tot. Fuck vegetarians. Censorship. Ship. Water. Seafood. Seafood, foo-foo-foo-food. You can use that as a jingle, you know. Cut. Cut. Starts again. Start again. Start again. No text. No text. No text. No text. No text. What? You always need text. No text. You guys can write them. Okay. It's been a little shit. No, song of A cola. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. At one point there was this blitz, I don't know if it's different than the others, but there was this one where after it stopped, I saw her silhouette around me and she's so light. It's pretty cute. Yes. Yes. Yeah. 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 Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht bitte, danke. Da haben wir uns kein Bein ausgerissen. Aber wer hat Spaß gemacht? Danke. Das war's für heute. Bon, ein Faux-Argasse. oh Ja, das ist ein elektrischen. Das ist ein elektrischen. Hat sie gefragt. Probablich ist es das. Nightingale Nightingale More Musik 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 Das war's. 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 Das war's.